Generalfeldmarschall Helmut Graf von Moltke. Seine Statue aus weißem Marmor, die im Berliner Tiergarten steht, drückte Zeitgenossen Schlichtheit auf. Graflinigkeit. Die Spruches mehr sein als scheinen. Der Schein steht direkt gegenüber. Die Siegessäule, die nach den drei siegreichen sogenannten deutschen Einigungskriegen 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870-71 gegen Frankreich errichtet wurde. Auf der Rückseite der Siegessäule ein großes Bronzerelief. Hinter Kaiser Willem dem ersten reiten gleich auf Bismarck und Moltke, die beiden Männer ohne deren Mitwirkung die Gründung des deutschen Reiches 1871 undenkbar gewesen wäre. Bismarcks Verdienst dabei ist bis heute unbestritten. Moltke reitet inzwischen etwas in seinem Schatten. Im letzten Jahrhundert war das anders. Moltkes Ruhm stand dem Bismarcks in nichts nach. Als Moltke starb, häuften sich die posthumen Ehrungen. Diese Brücke gegenüber dem deutschen Reichstag erhielt umgehend seinen Namen, damit der Trauerzug über eine Moltkebrücke geführt werden konnte. Die abschreckenden Fabelwesen sollten symbolisieren, dass sein Werk, die preußisch-deutsche Armee, unüberwindlich sei. Besonders, wenn sie unter einer Führung steht, die erst wägt und dann wagt, getreu dem Moltkeschen Wappenspruch. Der Wappenträger starb am 24. April 1891. Danach wurden Moltkes militärstrategische Fähigkeiten zur Legende. Selbst die linke Opposition, die ihn sonst bekämpfte, mochte dem im damaligen Berliner Generalstabsgebäude aufgebahrten Verstorbenen ihre Bewunderung nicht versagen. Sein Tod drei Jahre nach dem des alten Kaiser Wilhelms und die fast zeitgleiche Entlassung Bismarcks beendeten eine Ära. Eine Ära, die den militärpolitisch erfolgreichsten Aschnitt deutscher Geschichte beinhalt. Eine Ära, die in Moltke einen preußischen Militärchef hatte, der neben anderen hohen Augen auch den Puglamerit für Wissenschaft und Künste besaß. Eine ganz seltene Kombination. Länder, denen er die empfindlichsten Niederlagen beibrachte, wie Frankreich und Österreich haben ihn hoch dekoriert. Ein Orden auch aus der Türkei, dem damaligen Osmanischen Reich, nicht auf irgendeinem Staatsbesuch im Vorübergehen verliehen, sondern durch langjährige Beratertätigkeit verdient. Nicht gut damit, die Berliner Illustrierte veröffentlichte am 5. März 1890 eine Umfrage unter Lesern zur Bilanz des Jahrhunderts. Helmut Moltke wird zum größten Denker vor Kant, Darwin und Schmauer gewählt. Das war sicher ein Zeichen dafür, wie hoch das damalige Ansehen des Militärs in Deutschland allgemein war. Ebenso aber bezeichnend für die Vielseitigkeit und schöpferische Energie eines Mannes, dessen Begräbniskapelle im schlesischen Kreisau bis weit in unser Jahrhundert hinein nationale Pilgerstätte war. Hier lag er aufgebahrt zwischen seiner Frau und seiner Lieblingsschwester. Die Kapelle existiert noch, doch findet sich von den Särgen keine Spur. Es ist, als hätte den Generalfeldmarschall noch nach seinem Tode sein Berufsrisiko ereilt. Am Ende des Zweiten Weltkrieges geriet er zwischen die Fronten. Im März 1945 wurde hier der Feldmarschall aus der Kapelle mit dem Sarg seiner Gemahlin und auch seiner Frau, seiner Schwester, die wurden hier überführt und hier hat man sie bestattet. Man kann sagen so etwas primitiv begraben, nicht mit Grabplatten, nein. Man weiß nur, dass nach dem Kriege wurden diese grüftig alle geöffnet, alle, wie Sie hier sehen. Und heute kann man kaum feststellen, ob sich die Gebeine des Wittmarschalls noch hier befinden. Es gibt eine Legende, dass man die Gebeine hier in diesem Kapellenwerk überbrachte und verscharrte. Ob sich wirklich noch Überreste des großen Strategen hier auf seinem Kapellenwerk befinden, darf bezweifelt werden. Jedes Grab zeigt seitlich Einstiegslöcher. Die Grabräuber haben damals alles verschwinden lassen. Nur Moltkes Ehrendegen tauchte Jahrzehnte später wieder auf. Auf ihm stand auf lateinisch eingraviert Te prebente concilium rex victor. Durch deinen Beistand wurde der König zum Sieger. Sieger in Kriegen, die die Form der Vereinigung zum zweiten deutschen Kaiserreich vor 120 Jahren entscheidend beeinflussten. Vom Moltkeschen Grabhügel in Oberschlesien blickt man auf Kreisau, polnisch Krischowa. Der Ort hat sich seit den Zeiten von Helmut Graf von Moltke kaum verändert. Noch immer steht der Gutshof mit dem Moltkeschen Familienschloss im Zentrum des Ortes. Lange Zeit sah es so aus, als sollten Wind und Wetter diese Spur deutscher Geschichte wegwaschen. Seit einem Jahr wird hier jetzt renoviert. Ein Zeichen für die Entkrampfung des deutsch-polnischen Verhältnisses. Allerdings hätten die Polen auch früher eigentlich nichts gegen die Erhaltung dieses Hauses haben können, denn Moltke war durchaus nicht antipolnisch eingestellt. Mit Frankreich sah es da schon anders aus. Diese Nation hat Moltke immer als eine Bedrohung für die deutsche Einheit empfunden. Im Treppenhausen Schlosses findet der Besucher dennoch zwei große Wandmalereien, in denen Frankreich eine Rolle spielt. Die eine Wandmalerei zeigt den siegreichen Einzug der von Moltke geleiteten deutschen Armee in Paris am 1. März 1871. Die andere Malerei zeigt die Plünderung Glübecks durch die Armee Napoleons im Jahre 1806. Diese Plünderung hat der damals sechsjährige Moltke mit eigenen Augen gesehen. Das große M markiert die Stelle, wo er vor der Verwitterung zu erkennen war. Die Deutschen der Generation von Moltke und von Kaiser Wilhelm I. erinnerten sich noch lange an die Invasion von Napoleon. 1870, während des deutsch-französischen Krieges, findet man in deutschen Zeitungen häufig den Hinweis auf das Jahr 1813 als Erinnerung an den Befreiungskrieg gegen Napoleon. Die Mutter Henriette erkannte als Hamburger Kaufmannstochter besonders deutlich, wie nachteilig sich der Krieg auf die Wirtschaft auswirkte. Sie erzog ihren Helmut zu schöngeistigen Interessen. Trotzdem wurde der Beruf des Vaters zum Karrierevorbild des Jungen. Der in dänischen Diensten stehende Offizier Friedrich von Moltke schickte seinen Sohn auf die Kadettenanstalt des dänischen Königs nach Kopenhagen. Obwohl die Moltkes in Schleswig-Holstein wohnten, war das damals nichts Ungewöhnliches, denn der dänische König regierte von Schloss Christiansborg aus, in Personalunion gleichzeitig über Dänemark und den norddeutschen Fürstentümer. Dänemark war damals für europäische Verhältnisse kein kleines Land. Auch Norwegen gehörte zum Königreich. Die Kriegsflotte war gefürchtet. Die Offiziersausbildung hatte eine lange Tradition. Es wurde von international anerkannten Lehrern unterrichtet. Nicht ohne Stolz zeigt deshalb der Bibliothekar der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen das alte Landkadetten-Stammbuch und die Eintragungen über die Aufnahme des später so berühmt gewordenen Generalfeldmarschalls Helmut Karl Bernhard von Moltke. Wegen der Bekanntheit Moltkes wurde später sein zunächst falsch eingetragener Geburtsort noch korrigiert. Helmut von Moltke war ein guter Schüler. Die ordentlich aufbewahrten Zeugnisse beweisen, dass er in der Spitze seines Jahrgangs stand. In über zehn Fächern wurde unterrichtet. Die acht war die beste Note. Moltke hatte meist die acht. Moltkes Familie war nicht reich, sein Taschengeld daher knapp. Um es aufzubessern, betreute er als königlicher Page die Pferde in den noch heute existierenden königlich-dänischen Reitstellen. Die lange Ausbildung in Kopenhagen und der schon im Alter von 18 Jahren verliehene Status eines königlich-dänischen Sekunde-Leutnants verschleierten nicht Moltkes Blick auf die schlechten Karrieremöglichkeiten in der dänischen Armee. Der König musste sparen. Norwegen gehörte inzwischen nicht mehr zu seinem Herrschaftsbereich. Die dänische Armee wurde verkleinert. Moltke orientierte sich schnell um. 1822 trat er ebenfalls als sogenannte Sekunde-Leutnant in die preußische Armee ein. Dieser Wechsel von einer Armee zur anderen war damals für einen adeligen Offizier nichts Außergewöhnliches. Der neue Preuße Helmut von Moltke fiel im Leibinfanterie-Regiment Nummer 8 in Frankfurt an der Oder durch seine Bildung und kriegstheoretischen Kenntnisse auf. Schon ein Jahr später wurde er deshalb auf die allgemeine Kriegsschule nach Berlin versetzt. Damit war eine Karriere als späterer Generalstabsoffizier vorgezeichnet. Auf der Kriegsschule hörte er Vorträge von Klausewitz, die ihn tief beeindruckten. Der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Diese berühmte Devise hat auch Moltke als Grundlage seines Berufes akzeptiert, wenn er auch immer die Unabhängigkeit des Militärs in der Kriegsführung betonte. Das Leben in Berlin war für einen jungen Offizier aus verarmtem Adel wie Moltke, es war nicht billig. Es zog ihn immer wieder ins Theater, ins Konzert, ins Café zum Diskutieren, aber auch die Pferde mussten ihr Futter bekommen. Moltke versuchte sich als Schriftsteller. Die Novelle, die beiden Freunde, brachte ihm zwar Anerkennung, aber nur wenig Tantiemen. Trotzdem schrieb Helmut von Moltke unverdrossen weiter. Zusammen mit seinem Bruder Ludwig übersetzte er die ganze römische Geschichte des Engländer Gibbons und wurde durch einen Konkurs um seinen Lohn betrogen. Moltke zeichnete gern. Ob eine Liebschaft oder eine lustige Szene, der Notizblock hielt alles fest. Von einer Kur auf Norderney stammt diese Zeichnung. Als Zeichner arbeitete er oft mit der Genauigkeit eines Feldmessers, denn er war ein routinierter Landvermesser im dienstlichen Auftrag. Auf seinem Schreibtisch lag immer ein Winkelmesser mit Kompass. 1828 schrieb er ein Buch über militärisches Landvermessen. Ein militärischer Auftrag zur Vermessung des polnischen Gebietes, das zu Preußen gehörte, führte ihn in die Gegend von Posen. Dort lebte er bei einer adeligen polnischen Familie. Tagsüber wanderte Moltke mit dem Winkelmesser über Land. Abends schrieb er seiner Mutter. Obwohl er sich tatsächlich verliebt hatte. Die polnische Romanze führte zwar nicht zur Ehe, aber zu einer ausführlichen Auseinandersetzung mit polnischer Geschichte, die nach seinem Aufenthalt auf dem heute noch stehenden Gudrusko als Buch erscheinen. Darstellung der gesellschaftlichen Zustände und der inneren Verhältnisse in Polen. Es betrifft besonders die inneren Verhältnisse in Polen während der polnischen Teilung. Das heißt 1772, auch etwas früher, aber 1772 bis 1792. Welche Schlussfolgerung hat er denn daraus gezogen? Also das war eben das Interessanteste gewesen, denn für Moltke war eben Polen ein Schulbeispiel, kann man sagen, dass eben schwache Staaten, die schwach organisiert sind, eben sehr leicht von den Nachbarmächten geteilt werden können. Und er sprach sich damals schon als junger Mann und betonte es dann auch in den 70er, 80er Jahren, in seinen Schriften, in seinen Aussagen, in seinen militärischen Werken, betonte er immer den Wert des starken Staates, einer starken Regierung. Ein starker Staat war der Deutsche Bund 1832 nicht. Er umfasste das Gebiet innerhalb der roten Linien. Die Länder des Deutschen Bundes waren in viele Königreiche und Fürstentümer unterteilt, die manchmal auch außerhalb des Bundes Besitztümer hatten. Den europäischen Großmächten bot sich so viel Gelegenheit, die Einzelinteressen der Deutschen Klein-, Mittel- und Großstaaten gegeneinander auszuspielen. Das Osmanische Reich war Beispiel dafür, dass ein einheitliches, zentral geordnetes Staatsgebilde allein auch nicht ausreicht, die Selbstständigkeit zu sichern. Das erfuhr Helmut von Moltke auf seiner großen Reise durch die Türkei von 1835 bis 1839. Begonnen hatte diese Reise als Privatreise, die ihn rund ums Mittelmeer führen sollte. Der frischgebackene Hauptmann im großen Generalstab hatte dafür ein halbes Jahr Urlaub beantragt. Bildungsurlaub. Im weiteren Verlauf seiner Reise sollte der Besuch der Zeugnisse der langen Geschichte des Osmanischen Reiches auch zur Verbesserung von Moltkes Karrierebedingungen um. Er gab Moltke Einblick in die innere Organisation des Staates und der Armee. Das Osmanische Reich befand sich 1835 in einer tiefen Umwandlungskrise. Der neue Sultan hatte erste Reformen eingeleitet. Moltke wurde einer der ausländischen Berater. Zunächst aber besuchte er als normaler Tourist Moscheen und den alten Sultanspalast am Bosporus und schrieb seine Eindrücke nach Haus, zum Beispiel über die Stellung der Frauen. Die Weiber sind streng bewacht und von allem Umgang außer mit Frauen geschieden. In diesen Punkte sind alle Muselmänner einverstanden und die Reformen werden bestimmt zu allerletzt in die Harems dringen. Die Fenster sind mit Holzgittern und dahinter von oben bis unten mit dichtem Rohrgeflechte geschlossen, sodass niemand von außen das Mindest im Inneren entdeckt. Wird eine türkische Frau jedes Treubruchs mit einem Moslem überführt, verstößt sie ihr Gemahl mit Schimpf. Hatte sie aber Verkehr mit einem Raja, das heißt mit einem christlichen Untertan des Sultans, so wird sie noch heute im Jahre 1836 ohne Gnade erseuft und der Raja gehängt. Ich bin selbst Zeuge dieser letzteren Barbarei gewesen. Der Sultan lud Moltke zur Audienz in seinen damals noch nicht ganz fertiggestellten neuen Palast. Der dort anwesende türkische Kriegsminister erkannte, dass Moltke ein fähiger Kopf war. Es ging ein Antrag nach Berlin, Hauptmann Moltke offiziell als Instrukteur für die türkischen Truppen abzukommandieren. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. akzeptierte. Damals wurden bei der türkischen Armee europäische Uniformen eingeführt. Die preußische Heeresorganisation galt als vorbildlich. Sie sollte der Armee des Sultans zur alten Schlagkraft verhelfen. Moltke richtete sich in seinem Arbeitszimmer auf einen langen Aufenthalt ein. Er verband das Nützliche mit dem Angenehmen. Für die Familie daheim zeichnete er Aquarelle mit Alltagsszenen. Für den Sultan zeichnete er eine Landkarte. Dadurch bekam er die Erlaubnis überall am Bosporus herumzustreifen. Faszinierend für ihn damals wie für heutige Besucher die Staumauer eines im 16. Jahrhundert angelegten Stausees der Konstantinopel mit Wasser versorgte. Markante Punkte wie diesen benutzte Moltke um sein lang andauerndes Vermessungsprojekt durchzuführen. Die Vermessung des ganzen Bosporus und seiner Umgebung dauerte Monate. Diese Arbeit Moltkes gilt heute als die Grundlage des modernen türkischen Vermessungswesens. Moltke wollte wissen, ob die Türken auch den Angriff einer Flotte auf Istanbul überstehen könnten. Wie stark die Türkei als Bündnispartner im Kriege sein könnte. Wenn er auch den Ausbildungsstand der türkischen Kanoniere für sehr verbesserungsfähig hielt, so war er doch sicher, dass die Lage der Befestigungen, ihre Größe und die Anzahl der Kanonen den Bosporus für jede fremde Flotte unpassierbar machen. Die Wirkung auftreffender Steinkugeln war buchstäblich niederschmetternd. Trotz der vielen Schwächen des Osmanenreiches hielt er es dennoch für einen unverzichtbaren Bündnispartner gegen Russland. Anfang März 1838 verließ Moltke Istanbul per Schiff. Er wurde von als Ratgeber im östlichen Taurosorge geschickt. Diese Reise begründete endgültig die noch sehr lang andauernde deutsch-türkische Militärfreundschaft und ließ Moltkes Aufenthalt später zur Legende werden. Als Moltke die Osttürkei, Kurdistan und Syrien besuchte, herrschte Krieg. Die Provinz Ägypten war abgefallen. Der dortige Machthaber versuchte mit einer Armee Syrien zu erobern. Moltke kämpfte zwei Jahre lang als strategischer Berater mit der Armee des Sultans, findet aber immer Zeit zum Zeichnen und Vermessen und zu historischen Gedanken. Er schreibt am Ufer des Euphrat, tief unten erblickten wir jetzt in der engen Schlucht den Frat, den Fluss, den die großen römischen Imperatoren als die natürliche Grenze ihres unermesslichen Reiches ansahen. Die ganze Umgebung ist so wild, das jenseitige Ufer so ohne Spur von Anbau und die Berge so wegelos, dass man sie sich als das Ende der Welt vorstellen kann. In Sam geformten Boten setzen wir über. Die Beratertätigkeit Moltke der Armee des Sultans ist von unterschiedlichem Erfolg begleitet. Moltke geht an die Sache generalstabsmäßig mit Feldherrenhügel und Karten heran. Bei einigen Gefechten kann er seine Mitte durchsetzen, doch Erfolg oder Niederlage sind selbst dann masszufällig. Er notiert in sein Tagebuch, oft zielen die Leute gar nicht. Während man stürmt, bemerke ich einen Unteroffizier, der mit abgewandtem Gesicht in Gottes Blaue Luft hineinfeuerte. Arkadash, Kamerad sage ich. Wohin hast du eigentlich geschossen? Sarayok Babam, es schadet nichts, Väterchen. Inschlawurdu. Will's Gott, so hat's getroffen. Und feuert noch eins in dieselbe Richtung. Obwohl Moltke dringend davon abrät, will der Pasha gerade bei der Entscheidungsschlacht von Nisip unbedingt in einer ungünstigen Lage unten am Euphrat bleiben, während die Feinde aus den Bergen angreifen können. Schon nach wenigen Schusswechseln löst sich die Armee des Sultans in wilder Flucht auf. Moltke entkommt nur mit viel Glück dem Gemetzel. Wochen später traf der flüchtige preußische Offizier wieder in Konstantinopel ein. Moltke erhielt trotz der Niederlage, für die er ja auch nicht verantwortlich war, einen hohen Orden mit Brillanten. Im Garten der Deutschen Botschaft in Istanbul steht noch heute ein Denkmal, das an seinen Aufenthalt erinnert. Moltke nahm die Erkenntnis mit nach Preußen, dass der Ausbildungsstand und die Treue der Soldaten neben die zentrale strategische Leitung der Kriegsführung treten müssen, um einen Kriegserfolg garantieren zu können. Die Briefe, die er aus der Türkei an seine Verwandten und Freunde geschrieben hatte, wurden später als Buch veröffentlicht. Um Portokosten zu sparen, wurden sie oft kreuz und quer beschrieben. Sie mehrten den Ruf, den er sich als Schriftsteller erworben hatte. Die Beschreibungen von Land und Leuten, von Türken, Armeniern, Arabern und Kurden gelten noch heute als Standardlektüre. Der preußische König honoriert Moltkes Beratertätigkeit in der Türkei und schlägt ihn zum Ritter des Purla Merit. Die militärische Karriere beschleunigte sich. Er wird als Kapitän zum Generalstab des vierten Armeekorps nach Berlin versetzt. Moltke beschäftigt sich als Zeitungskommentator weiter mit den Verhältnissen in der Türkei. Da er vom unausweichlichen Zusammenbruch des Osmanischen Reiches überzeugt ist, fordert er die Gründung eines deutschen Fürstentums in Palästina. Anderweitig wäre deutsche Besiedlung vonnöten. Um deutsche Interessen auf dem Balkan gegen Russland abzusichern, solle die Auswanderung in die Donauländer forciert werden. Moltke schreibt am 24. Dezember 1842 in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die Kolonien der deutschen Auswanderer liegen an den Ufern des deutschen Hauptstroms, in den unangebauten, verwüsteten, aber reichen und gesegneten Ländern an der unteren Donau. Nicht nur nach Osten, auch im Westen hoffte der Autor Moltke auf deutsche Gebietszuwächse. In dem Aufsatz zur westlichen Grenzfrage wird der Anspruch auf Elsass-Lothringen erhoben und vor der französischen Aggression im Rheinland gewarnt. Moltke sah den Siegeszug der Eisenbahn früh voraus. Er verkaufte den brillanten Orden aus der Türkei, erwarb Eisenbahnaktien und ließ sich auch gleich in den Vorstand der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft wählen. Er gehörte zu den ersten in Deutschland, die rückhaltlos für die Verbreitung der neuen Technik eintraten. Sein Engagement trug dazu bei, dass die Eisenbahnlinien in Deutschland schnell zu einem sehr leistungsfähigen Netz zusammenwuchsen. Moltke veröffentlichte eine Schrift, um die militärischen Gesichtspunkte der Eisenbahnlinien für künftige Mobilmachungen zu unterstreichen. 1846 entstand eine große Karte von Rom und Umgebung. Moltke seit 1842 Major wird Adjudant des in Rom umlebenden preußischen Prinzen Heinrich. Moltke bekommt durch den Kontakt zur Königsfamilie Zugang zum inneren Zirkel der Macht und eine Gehaltszulage. Er zeichnet die Schönheiten Italiens und glaubt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, dass er in Mitteleuropa einen Krieg erleben wird. Warum auch? 25 Jahre Frieden haben Preußen mehr eingebracht als ein erfolgreicher Feldzug. Nach dem Tod des Prinzen kehrt Moltke nach Preußen zurück. Er richtet sich auf ein ruhiges Weitergleiten auf der Karriereleiter ein. Doch plötzlich ist es mit der Ruhe und der Vorhersehbarkeit der Ereignisse vorbei. Moltke erlebt die Nacht vom 18. auf den 19. März 1848 als erster Generalstabsoffizier beim Generalstab des 8. Armeekorps in Koblenz. In Berlin flammt die Revolution. Es werden Barrikaden gebaut. Moltke schreibt an seine Schwägerin Janett am 29. März 1848. Ich kann mich über das, was in Deutschland vorgeht, freuen, sofern ich in den jetzigen Verhältnissen die einzige Möglichkeit sehe, ein einiges Deutschland entstehen zu machen. Aber es kann doch nur dann etwas aus der Sache werden, wenn Ordnung und Gesetz fortbestehen und wenn sich irgendeine zentrale Gewalt erhält. Wir sind aber auf dem besten Wege, dies alles über Bord zu werfen. Auf keinen Fall will Moltke bei einem Sieg der Revolution auf eine neue deutsche Verfassung schwören. Gäbe es keine andere Wahl, will er lieber den Dienst quittieren und nach Australien auswandern. Doch dazu kommt es nicht. Als General von Wrangel im Herbst 48. der Berliner Bürgerwehr eine Viertelstunde Zeit gibt, sich in ihrer Entwaffnung zu fügen, ist das ganz in Moltkes Sinn. Wo unsere Truppen erscheinen, ist die Ordnung hergestellt. Die Gutgesinnten erheben sich und die lautesten Schreier sind verschwunden. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. vertraut Moltke. Mitten in der Revolution bekommt er eine wichtige Position. Der Major wird Generalstabschef des 4. Armeekors in Magdeburg. Er organisiert die Niederschlagung der letzten Aufstände in Sachsen. Nur erst eine Autorität, welche es immer sei. Nur nicht länger die Herrschaft der Advokaten, Literaten und weggejagten Leutnants, die Deutschland einer Teilung wie die von Polen entgegenführen. Eine kräftige preußische Regierung und Deutschlands Einigung kann durch Preußen erreicht werden. Moltke erkannte frühzeitig, dass eine deutsche Einigung unter Preußens Vorherrschaft Konflikt mit Österreich bedeutet. 17. Februar 1850. Lieber Bruder Adolf, Österreich ist so wenig eine deutsche Macht, dass man wohl gewärtigen darf, es werde einer wirklichen Einigung gegenüber seine außerdeutschen Interessen selbst auf dem Wege der Waffenentscheidung zur Geltung bringen suchen. Der Krieg war also selbst in Mitteleuropa wieder denkbare Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln geworben. Schon 1850 wäre er beinahe ausgebrochen. Preußen versuchte tatsächlich eine kleindeutsche Fürstenunion ohne Österreich zu gründen. Österreich wollte unbedingt, dass der alte deutsche Bund in seiner bisherigen Art fortbestehen solle, um den österreichischen Einfluss in Deutschland zu bewahren. Keine Seite wollte nachgeben. Preußen rüstete zum Krieg. Aber England, Frankreich und Russland wollten keine preußische Vormacht in einem deutschen Fürstenbund hinnehmen. Preußen wurde zum Frieden gezwungen. Prinz Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm I., war genauso wie Moltke sicher, dass der ausgefallene Krieg später irgendwann nachgeholt würde. 1858 wurde Wilhelm Regent, 1861 König. Einer der ersten Amtshandlungen Wilhelms war die Ernennung von Oberst Helmut von Moltke zum Generalstabschef der preußischen Armee. Denn, so Prinz Regent Wilhelm, Preußens Heer muss mächtig und angesehen sein, um, wenn es gilt, ein schwerwiegendes politisches Gewicht in die Waagschale legen zu können. Moltke setzte sich in seiner neuen Position sofort dafür ein, dass in zukünftigen Kriegen der Generalstab der alleinige Berater des Oberbefehlshabers werden soll. Zur Verkürzung der Entscheidungswege müsse die Unterordnung unter das Kriegsministerium aufgehoben werden. Die Pläne Moltkes wurden erst nach dem Krieg 1864 mit Dänemark verwirklicht. Dieser Kampf um Schleswig-Holstein wurde paradoxerweise mit Österreich zusammengeführt, das sonst immer andere Pläne hatte als Preußen. Aber die Österreicher wollten sich die Gelegenheit zur Ausdehnung ihres Machtbereichs nach Norden nicht entgehen lassen und Bismarck bestärkte sie auch darin. Dieser österreichisch-preußische Krieg gegen Dänemark wurde später der Erste Deutsche Einigungskrieg genannt. Der Plan Moltkes sah vor, die Dänen auf ihrer Festung Dannewerk einzukesseln und eine schnelle Entscheidung herbeizuführen. Moltke wollte nicht, dass Diplomaten verhandeln und den militärischen Erfolg beeinträchtigen könnten. Doch der dänische General de Mesa spielte nicht mit. Er ließ sich nicht durch die nationalistische Presse Kopenhagens zum Kämpfen verleiten, sondern zog sich zurück. Den preußischen Oberbefehlshaber von Wrangel traf die Operation unvorbereitet. Dem dänischen General gelang der Rückzug in die Düppler Schanzen. Die dänische Presse verachtete de Mesa dafür, aber Moltke wusste, dass die Situation für die preußisch-österreichischen Truppen gefährlich wurde. Die Zeit drängte. Er eilte selber nach Dänemark, übernahm das Kommando und überraschte die Dänen nach dem Sturm auf die Düppler Schanzen durch die Eroberung der Insel Alsen. Ohne eigene Marine. Erster Beweis für das Talent Moltkes zur Kriegsführung und den guten Ausbildungsstand und die Bewaffnung des preußischen Militärs. Und wie überrascht man war, kann man sehen daran, dass zum Beispiel eine dänische Einheit, die bis zum Schluss des Krieges nur Österreicher eingetroffen hatte, auf eine preußische Einheit stieß und der dänische Kommandeur befahl seinen Leuten, das Ballonet aufzusetzen und die Stellung im Sturmlauf zu stürmen. Das taten die Leute. Sie wussten nicht, dass es Preußen waren. Wenn es Österreicher gewesen wären, hätten die Österreicher einmal schießen können, aber durch diese überlegene Wachen konnten die Preußen dreimal schießen. Und die Dänen wurden also vollkommen zusammengeschossen. Das waren erschütternde Erlebnisse. Genauso wie die Reichweite der preußischen Geschütze, die länger waren bei der Belagerung von Dübel, die sehr lange war, die Reichweite der preußischen Geschütze war länger die Treffsicherheit, weil sie bessere Waffen hatten. Und ich glaube, das liegt daran, dass im Gegensatz zu den Österreichern Moltke einen ausgesprochenen Sinn für militärische Innovationen hatte. Er konnte ja auch Eisenbahnen gebrauchen und so etwas. Er war ein Modernist, wie man sagt, ein Ökonom, ein Wirtschaftler des Militäres. Schon ein Jahr nach dem gemeinsamen Sieg feilte Moltke an einem Angriffsplan gegen den ehemaligen Verbündeten Österreich. Er schreibt später über diesen Krieg von 1866. Es war ein im Kabinett als notwendig erkannter, längst beabsichtigter und ruhig vorbereiteter Kampf. Nicht für Ländererwerb, Gebietserweiterung oder materiellen Gewinn, sondern für ein ideales Gut, für Machtstellung. In der Schlacht bei König Grätz kann Moltke das erste Mal den von ihm entworfenen Plan von Beginn an auch unter seiner Leitung durchführen. Kurz vor dem Krieg wurde die Unterordnung des Generalstabs unter das Kriegsministerium durch persönliche Order König Wilhelms endgültig abgeschafft. Der Krieg verläuft fast genau nach Moltkes Berechnungen. Die drei preußischen Armeen nutzen ihren Tempovorteil durch das bessere Eisenbahnnetz Preußens aus. Sie marschieren getrennt, vereinigen sich erst kurz vor der Entscheidungsschlacht. Die Preußen haben die bessere Taktik und die besseren Gewehre. Der Krieg ist innerhalb von vier Wochen entschieden. Bei den Vorfriedensverhandlungen in Nikolsburg sitzen Moltke, Bismarck und der spätere Kaiser Wilhelm I. quasi gleichberechtigt nebeneinander. Das jahrelang angestrebte Ziel ist erreicht. Österreich gehört nicht mehr zum Deutschen Bund. Der wird ganz aufgelöst. Preußen erhält Schleswig-Holstein, Hannover, Churhessen und Nassau und damit ein einheitliches Staatsgebiet von der Mimel bis an die Maas. Preußen ist eindeutige deutsche Vormacht. Moltke ein berühmter, selbst im einfachen Volk populärer Mann. Was fehlt, ist die endgültige deutsche Einheit. Moltke kann sich die nicht ohne einen Krieg gegen das bisher übermächtige Frankreich vorstellen. Bismarck will aus diplomatischen Gründen unbedingt, dass Frankreich als Aggressor dasteht. Tatsächlich erklärt Frankreich nach einer von Bismarck forcierten Streitigkeit wegen der Thronfolge in Spanien, Preußen im Sommer 1870 den Krieg. Alle anderen deutschen Staaten, sogar das preußenfreundliche Bayern, schließen sich unter dem Oberkommando Moltkes, Preußens Armee an. Nie ist ein Krieg gerechter geführt worden als dieser von unserer Seite. Und so hoffen wir auf Gottes Beistand. Der Kampf gegen die Franzosen ist von den ersten Truppenberührungen an blutig und erbittert. Moltke führt ihn nach den seit 1866 bewährten Grundgedanken, schnell aufmarschieren, getrennt an den Feind marschieren, ihn umzingeln und zur richtigen Zeit und am richtigen Ort vereint, vernichtend schlagen. Der Sieg allein bricht den Willen des Feindes und zwingt ihn, sich dem Unsrigen zu unterwerfen. Nicht die Besetzung einer Strecke Landes oder die Eroberung eines festen Platzes, sondern allein die Zerstörung der feindlichen Streitmacht wird in der Regel entscheiden. Sechs Wochen nach Kriegsbeginn fällt die vorläufige Entscheidung. Der bei Sedan eingeschlossene Kaiser Napoleon III. ergibt sich mit seinen Truppen und gerät in deutsche Gefangenschaft. Für Moltke und viele Deutsche auch ein endgültiger Triumph über die Aggression Napoleons I. Ein Bild Napoleons soll in dem Zimmer gehangen haben, in dem Moltke mit dem französischen General von Wimpfen die Kapitulationsbedingungen aushandelte. Eigentlich hätte der Krieg jetzt vorbei sein müssen. Im fernen Berlin war das Brandenburger Tor schon für die Siegesfeier geschmückt. Doch in Paris wurde die Republik ausgerufen. Und der linksliberale Rechtsanwalt und selbsternannte Volkstribun Leon Gambetta propagierte die Volksbewaffnung. Der Kampf der Armeen wurde zum Kampf der Völker. Die Strategie Moltkes geriet in Gefahr. Statt schneller Entscheidungen nun langwierige Besetzung weiter Landstriche und Belagerung von Paris. Der nationale Hass nahm zu. Victor Hugo rief, Franc-Tireur benutzt den Schatten und die Dämmerung. Kriecht in die Schluchten, schleicht, zielt, schießt, rottet aus. Franc-Tireure nannten sich die französischen Freischärler. Oft kämpften sie auch hinter der Front. Moltke wollte der Franc-Tireure durchblutige Repressalienherr werden. Nur erbarmungslose Stränge könne zum Ziel führen. Die Deutschen übten Vergeltung, zündeten Häuser an, aus denen geschossen worden war und nahmen vor allem zivile Geiseln. Eine Geiselnahme ist auch auf dem Buchdeckel des französischen Historikers François Roth über den Krieg von 1870 dargestellt. Rechtzeitig zum 100. Todestag von Moltke ist es erschienen. Warum wählte der Autor das Motiv der Geiselnahme an so herausragender Stelle? Der Aspekt der Geiselnahme ist für den zweiten Abschnitt des Krieges wichtig. Ab Oktober 1870 wurden immer wieder französische Zivilisten gezwungen, auf den deutschen Nachschubzügen mitzufahren. Durch diese Maßnahmen hofften die Deutschen ihre Züge vor den Anschlägen der Franc-Tireure schützen zu können. So wollten die Deutschen ihren Nachschub sicherer machen. Nach 1871 haben die Franzosen viele Akte dieser Art, die sie Akte der Barbarei nannten, auf das Konto der Deutschen gesetzt. Das hat die französische Interpretation des Krieges nach 1871 stark beeinflusst. Die Vormachtstellung Frankreichs in Europa sollte buchstäblich vernichtet werden, um die deutsche Einheit abzusichern. Das plante die deutsche Führung. Wie sah man aus französischer Sicht die Aufgabenteilung zwischen Bismarck, Wilhelm und Moltke? Moltke ist der oberste Kriegsherr. Er wird nicht als Politiker betrachtet. Aber er hat eine starke Macht und er versucht, auch auf politischem Gebiet Einfluss zu nehmen. Das führte dann zu Konflikten mit Bismarck und auch mit dem Kaiser. Als Kriegsherr ist er auf jeden Fall unbestritten. Im Laufe der Jahre hat sich dann in Frankreich die Meinung verfestigt, dass es damals ein für die Franzosen unglückbringendes, bösartiges Triumvirat gab. Wilhelm I., Bismarck und Moltke. Bismarck ist der bekannteste der drei. Moltke ist nicht so bekannt. Er gab keine Interviews und ging auch sonst kaum in die Öffentlichkeit. Er misstraute den französischen Republikanern noch mehr als Bismarck. Deshalb redet er überhaupt nicht mit ihnen. Vor allem nicht auf Französisch. Er ist nicht kennengelernt und er hat die Publikität nicht veröffentlicht. Er hat keine Interviews, insbesondere in den Franzosen. Er hat viel mehr als Bismarck, als alle Republikaner. Moltke beobachtete monatelang von Versailles aus das belagerte Paris. Er wollte, dass erst dann über Frieden verhandelt wird, wenn sich auch das republikanische Frankreich ergeben hat. Derweil schmerzten die Wunden des Krieges immer tiefer. Französische Karikaturisten stellten Moltke als Kriegsverbrecher an den Pranger. Diese Angriffe ertrug Moltke gelassen. Ihm war wichtig, dass im Gegensatz zu den Zeiten von Napoleon I. nicht mehr Deutschland das Schlachtfeld war, auf dem europäische Interessengegensätze ausgefochten wurden. Im Gegenteil, Deutschland solle jetzt offensiv sein Schicksal in die Hand nehmen. Geradezu symbolisch für diese Haltung Moltkes und der anderen entscheidenden Männer in der deutschen Führungsspitze ist der Zeitpunkt und der Ort der Ausrufung Wilhelms zum deutschen Kaiser und damit die Gründung des deutschen Kaiserreichs. Sie fand noch während der Belagerung von Paris am 18. Januar 1871 mitten in Feindesland im Spiegelsaal von Versailles statt. Der Krieg ging erst zwei Monate später zu Ende. Das deutsche Reich war eine Kriegsgründung. Moltke war das Recht. Im neu gegründeten Reich lebten 250.000 Franzosen, 60.000 Dänen und fast drei Millionen Polen. Im Frühjahr 1871 kehrten die deutschen Truppen endlich nach Hause zurück. Die fröhliche Stimmung bei der Heimkehr überdeckte einen Konflikt zwischen Bismarck und Moltke. Denn Moltke hatte noch länger Krieg führen wollen. Auch die letzten noch intakten Armeen Frankreichs sollten vernichtet werden, um dem Gegner noch schärfere Friedensbedingungen diktieren zu können. Nach einem langen Streit über das Primat von Militär oder Politik im Kriege hatte sich Bismarck mühsam durchgesetzt. Trotzdem musste Moltke nach dem Sieg lange auf Holzpferden Modell sitzen. Denn, dass der inzwischen zum Generalfeldmarschall Beförderte mindestens einen ebenso hohen Anteil wie Bismarck an der Vereinigung des Deutschen Kaiserreiches hatte, das bezweifelte niemand. Deshalb durfte er auch auf keinem vaterländischen Ölgemälde fehlen. Details diskutierte Moltke mit dem Künstler selbst. Es begann eine Zeit der Heldenverehrung. Dabei hatte sich Moltke noch gar nicht aus der aktiven Politik entfernt. Er war immer noch Abgeordneter im Reichstag und kämpfte dort für den weiteren Ausbau der Armee. Die Grundlage der Existenz Deutschlands sollte weiter im Geiste Preußens gesichert werden. Der deutsche Staat, der sich jetzt gebildet hat, ist ein Staat, in dem das Militär eine sehr wichtige Stelle einnimmt. Es stand über den Gesetzen. Das Militär hatte seine eigenen, andere Gesetze. Die Zivilbevölkerung hatte darauf keinen Einfluss. Das Militär hatte andererseits großen Einfluss auf die politische Macht. Zum Beispiel auf den Kaiser. Bei der Definition der Ziele der deutschen Politik. Es gab die drei siegreichen Kriege. Moltke war noch relativ zurückhaltend. Aber unter seinen Nachfolgern entwickelte sich nunmehr der deutsche Militarismus. Und dieser Militarismus entwickelte sich unter Moltkes Enem. Ob die spätere aggressive Spielart des deutschen Militarismus in Moltkes Sinne war, muss bezweifelt werden. Einen Baum wachsen sehen, das war die Antwort Moltkes an Bismarck, als dieser ihn fragte, woran er jetzt noch nach der Gründung des Reiches Freude haben könne. Er änderte allerdings bis zu seinem Tode nichts an seiner Philosophie, in der er dem Krieg einen festen Teil innerhalb der göttlichen Ordnung beimaß. Deshalb müsse die deutsche Führung zu jeder Zeit auf seinen Ausbruch vorbereitet sein und die deutschen Armeen weiter verstärken. Das hörte der junge Kaiser Wilhelm II. bei seinen Besuchen gern und ließ den alten Moltke bis zu seinem Tode am 24. April 1891 im Amt. Doch immer wieder und zuletzt in einer Reichstagsrede im Mai 1890 warnte Moltke vor der großen Verantwortung, welche die haben, die eventuell einen Krieg in Mitteleuropa vom Zorne brechen. Und meinte damit auch die deutschen Politiker und Militärs. Wenn dieser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer und sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größten Mächte Europas, welche gerüstet wie nie zuvor gegeneinander in den Kampf treten. Es kann ein Siebenjähriger, es kann ein Dreißigjähriger Krieg werden. Und wehe dem, der Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulverfass schleudert.